Apo de F. Follow the Pale War. Mach ihn fertig. Schön den Typen durch seine eigenen Leute reinlassen. Ich werde dich zusammenschlagen. Ja, das ist ein bisschen nervig, weil das so ein enger Raum ist. Aber... So, ich würde mal sagen, Titanen-Rodeo. Zur Anmerkung, ich steuere den ja selber so ganz kleines Tüchchen, in welche Richtung er laufen soll. Schnapp ihn! Schnapp ihn, schnapp ihn! Schnapp ihn, schnapp ihn! Halt! Okay, da wollte ich werfen, aber da wurde ich geworfen. Schnapp ihn! 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 Ich habe immer wieder neue Typen aus den Aufzug und das ist eigentlich zum Kotzen. Oh, das sieht ein bisschen knapp für mich aus, muss ich sagen. Aber jetzt ist der Dicke weg. Jetzt kann ich mich in Ruhe um die festlichen Clean kümmern. Arschloch! Nein! Dreck! Ich habe zu viel Schaden eingesteckt. Ah, Zubo ist nicht geplant. Ah Mist! Da hat dieser scheiß Idiot, hat das schon eher ausgelöst. Oh, das hat trotzdem geklappt. Ah! Jeeha! IK, Jee, Schweinebagger! Oh! Alles ok, komm mit! So ist der weg! Ah, das sieht total beschissen aus! Oh! 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 Ich glaube das Ratsch wohl nochmal machen dürfen. Oh! 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 Ich habe rechte Maus, dass du zum Koteln gedrückt Läuter soll ich noch machen? Fans für ihre unsterbliche Unterstützung danken und den Menschen von Gorfem, die ich sehr, sehr bald sehen werde. Ja, ist okay, Joker, ist okay. Ja, ich hab dich schon gehört, lieber Ziton. Du schlägst nur um dich. Ja, man kann schon sagen, was man will, aber Joker hat seine verdammte Titanformel ausgereift. Wie man an diesem Beispiel wunderbar erkennt. Alles okay, Kumpel! Oh, das war gemein. Nicht, du was davon! Ja, du lag ihn nieder! 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 Boat, du lag ihn noch mal! Ach um Mentor, Pult datal, ne? Ja. So berauschend sieht es immer noch mehr aus hier. Unser Dicke da nervt, ey. Ich stehe aber noch mitten in dem scheiß Raum. Das wird weh tun. 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 Oh, was ist los? Das kann doch nicht wahr sein, dass er mich trifft. Ich hab... Oh, ey. Du hast dich schon konter und drücken und dann kontert deine... Ist doch zum ficken, ey. Das wird weh tun. 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 Ja, weil die so eine lange Reichweite mit diesen scheiß Stahlrohr haben, ey. Ey, da kommt, kommt der Mock hoch bei sowas, das ist schon dezent sehr zum Kotzen. Du lässt das ruhig in den Rauch. Ich bin hier weggekommen, verdammte Dreckskacke. Ich bin hier weggekommen, ich bin hier weggekommen. Am beschissensten ist, wenn da immer mitten im Raum steht und die ganzen Typen irgendwo verpeilt. Das ist wohl nicht ganz wie erwartet. Das wird weh tun, ja. Das wird weh tun, ja. Das wird weh tun, ja. Ich sag mal so, Sarats hatte damit Kippprobleme, weil da der jetzt schon nen Panzer voll abgegradet hat, also hat der wohl mehr lebt. Ich hab mich zuerst um die schöneren Upgrades gekümmert, von daher. Alter Verwalter. So, kriegen wir einen Bonus? Ja, wir kriegen einen Upgrade-Bonus. Irgendes Arschloch. Oder noch keinen? Muss ich mal wie kurz davor, hä? Ja, bestimmt bei 5000. Ja, und mit diesen mehrmaligen Versuchen, dieses hässlichen Kampfes, mit dieser hässlichen Gestalt, ähm, war's das. Ähm, wir sehen uns morgen wieder, macht's guti und tschüss. Gäste Böden Woll. 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 Woll.